Willkommen zu einer neuen Folge Doom Eternal. Da hätten wir jetzt mal wieder ab. Das liegt uns nicht da. Den hätten wir. Den hätten wir auch. Perfekt. So. Ein bisschen Energy. Okay, was wird das jetzt für eine Nummer? Perfekt. Perfekt. Das hätten wir auch. Das wollte ich nicht. Ich wollte genau die Eisbombe. Also was brauchen wir jetzt? Wir haben hier erstmal Munition. Wohin müssen wir da? Wie kann man das öffnen? Einmal zur Karte bitte. Wie kriege ich dich jetzt hier auf? Hier ist nochmal Medi. Was steht denn da? Sicherheits- Code. Okay, warte mal. Haben wir hier noch was? Anscheinend hier. Okay. Bin ich hier richtig? Was ist das hier? Ich zersägen wir mein Freund. Warte mal. Hier ist noch eine Wächterbatterie. Wie bekomme ich die auf? Ah, von hier. Perfekt. Rechte Batterien sind nämlich äußerst wertvoll. Okay, komm ich da jetzt einfach so. Jawoll. Das hat geklappt. Kann ich da noch irgendwas mitnehmen? Ah, ja. Da war noch irgendwas. Warte mal. Hier. Warte mal. Irgendwo hier unten. Ah. Ah. Neues Abgeordneter. Geil. Was hätte ich denn gerne? Ja. Ich glaube ich hätte gerne mehr Gesundheit. So. Die Karte haben wir jetzt hier alles mitgenommen. So. So. Noch ein extra Leben. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Ich denke jetzt haben wir alles mit, oder? War es nicht der Slayer, der die Dämonen zu uns brachte? Die Kahn-Maker darf dir für das Geschenk der Art und Energie dankbar sein. Du bist für das Leid der Menschen verantwortlich. Warte mal. Ne, ich hätte gerne die. Aua. Aua. Boah. Ey, Pinky. Sehr schön. Ein Pinky, wer kennt ihn nicht. Ein Pinky, wer kennt ihn nicht. Wow. gibt es der schickte geht richtig auf mehr weiter so ja wohl karte genau wir wollen das ist nämlich noch holen warte mal dazu müssen wir in andere richtung und dann hier rauf da haben wir gar keine munition mehr in die andere richtung wie krieg ich dich auf wie krieg ich den hier auf über hier okay warte mal ja geil sehr schön das heißt wir können wieder zurück in der g die habe ich aber es ist da oben hey war jetzt hier aber noch was ne anscheinend nicht gott wohin müssen wir wir müssen erstmal hier schön munition einsammeln zu der dummsel gesperrt boah ich hänge in ne ecke icegranate das hätten wir geöffnet hey die bleiben hey so warte mal karte so das haben wir also beides freigeschaltet was kommt bitte jetzt da wird irgendetwas hergestellt karte immer hier haben jetzt auf jeden fall alles mitgenommen hoffentlich gut ein bisschen plasma munition hier ist noch ein bisschen schrott munition ist hier noch irgendwas unter mir ist noch so ein buch alles klar was hört das jetzt hier wieder karte ich kann also darüber springen ok probieren wir es warte mal hier ist es noch gesperrt ok so wie komme ich da jetzt hin und dann müsste ich ja jetzt da oben ist noch ein extra leben okay das war's scheiße so nochmal hey so perfekt also wohin guck nach da und dann wo muss ich karte okay okay wo hin jetzt da gibt es keinen weg mehr hoch aber hier aber muss ich da erstmal hin wahrscheinlich okay zu weit man man hin okay dann muss ich da hin alles klar gut wieso hat er sich da nicht festgehalten wieso hat er sich nicht festgehalten toll so 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 festhalten festhalten ey schon wieder hält er sich nicht fest was ist das denn bitte so nochmal festhalten, danke festhalten, bitte, danke festhalten okay, geschafft wohin muss ich okay oh plasmat, plasmat, plasmat aua 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 wie kann ich denn die scheiße hier ausschalten wahrscheinlich gar nicht, ne hier gibt's auf jeden fall noch was hier einmal hoch, was bringt das jetzt äh, warte mal das war knapp, ah, nicht unterfallen, nicht unterfallen zack nach da, was bringt das jetzt hier karte ach da habe ich quasi nur das geholt alles klar, das heißt wir müssen jetzt zurück oder nicht das schaffe ich doch nie im leben, oder nein, das war's jetzt bin ich wieder hier okay okay na gut hier schnell rüber da aua aua no lu da schaffe ich nicht, wieso schaffe ich das denn da nicht warte mal ich würde sagen wir geben hier noch mal runter aber dann komme ich nicht da komme ich nicht hin wieso nicht keine ahnung wieso ich da nicht hinkomme Aua Aua Oh nein so dann wären wir hier dann einmal hier hin ne das klappt nicht ich muss ja hier rauf irgendwie kommen so wenn ich jetzt hier hingehe hole ich mir nur das extra aber dieser Sprung das wird nix das warte mal wie komme ich also nach da oben muss ich überhaupt hier hin das ist halt die Frage aber den Sprung müsste man doch eigentlich schaffen so nochmal und zwar Aua genau hier das muss man doch eigentlich Aua Aua ich bin gleich tot so dann sind wir hier aber das bringt uns ja gar nix ich bin gleich tot warum nicht runterfallen da komme ich auch nicht an ich habe keine Ahnung keine Ahnung weiter ich habe keine Ahnung wie ich da oben hinkommen soll vor allem weil ich hier ja auch noch so Sachen sind die wir haben können die wir haben können sagen ich beende erst mal die folge diese folge zweiter und dann habe ich bestimmt herausgefunden wie es weitergeht schau lasst gerne eine Bewertung da ich bin gleich ich bin gleich ich bin gleich ich bin gleich